Umkehr, Wendepunkt, einen Wendepunkt ganz eigener Art. In der Verkündigung der Frohen Botschaft hat ein junger Mann gesetzt, dessen Lebensschicksal viele Menschen bewegt. Philipp Mickenbecker hat zusammen mit seinem Zwillingsbruder auf dem YouTube-Kanal The Real Life Guys den Alltag von Jugendlichen, Zukunftsperspektiven und Rückschläge mit der Perspektive des Glaubens zusammengebracht. Bis zum Schluss. Mit 23 Jahren ist Philipp Mickenbecker an einer Krebserkrankung gestorben. Christine Haug berichtet im Spiegel von einer früheren Begegnung, in der Philipp über sein Hadern mit der Krankheit und mit Gott berichtet. Eines Tages sei er aus seinem Zimmer geschlichen und habe am Türrahmen einer kleinen Kapelle im Wald eine Inschrift entdeckt. Ich bin derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Ich habe in diesem Moment eine unbekannte Kraft und eine tiefgreifende Liebe verspürt. Das war wie, wenn man geliebt wird, ohne Angst haben zu müssen, dass diese Liebe jemals endet. Das kannte ich bisher nicht. Ja, Philipp Mickenbecker ist ja in wenigen Jahren das gelungen, was manche in einem langen Leben nicht schaffen. Menschen auf ganz unverkrampfte Weise mit dem Glauben in Berührung zu bringen. Herr Ribka, worin sehen Sie das Geheimnis dieses jungen Mannes? Er hat ja viele, ja dieses Schicksal ja auch viele Wellen gestorben, wurde überall aufgegriffen. Und was kann die Kirche vielleicht auch aus diesem Zeugnis für Lern ziehen? Also zum einen habe ich mir diese YouTube-Videos schon länger angesehen. Ich kenne die Real-Life-Guys. Und ich finde es halt sehr beeindruckend, weil die Geschichten, die Zeugnisse werden sehr authentisch gebracht. Es geht tatsächlich ums wahre Leben. Zunächst hat mich sehr inspiriert, dass die beiden, Johannes und Philipp, ohne Fernseher aufgewachsen sind. Und ihr erster Ansatz war ja, andere junge Leute dazu bewegen, rauszugehen, etwas zu machen, nicht auf der Couch zu sitzen. Do something war ihr Motto. Und als dann diese schweren Rückschläge der Krebserkrankung, aber auch des Todes der jüngeren Schwester, die ist ja bei einem Flugzeugabsturz ums Leben gekommen, als auch die nicht verheimlicht wurden, sondern auch verknüpft mit dem Glauben, dem Publikum rübergebracht wurden, ist das eine Art von Verkündigung, der nicht widersprochen werden kann. Weil sie persönlich ist und weil sie auf dem Zeugnis aufbaut. Und weil auch die Zweifel mitgeteilt werden. Es wird nicht doziert, es wird nicht gelehrt in diesem Sinne, sondern es wird ein Zeugnis gegeben, es wird gerungen. Besonders beeindruckt hat mich am Anfang des Buches von den beiden, als er diese Stelle aus Hiob meditiert schon fast, wie er es auf sein eigenes Leben bezieht, seine Krebserkrankung. Und das sind tiefe Weisheiten des Glaubens, die in eine Authentizität durch diesen Kanal vermittelt werden. Und das spricht eben die Menschen an. Also ich denke, der Schlüssel hier ist Echtheit, Authentizität.